Ja, wo soll er denn sonst sein? Ja, der, er ist eh nicht von der Erde. Wo ist denn die Kiste hin verfrachtet? Jetzt hat er, jetzt hat er mittlerweile auch schon, oah, das ist aber links. Sag mal, ich weiß gar nicht, was du willst, du hast doch hier noch Holz drin? Fünf Stacks? Sechs Stacks? Sieben Stacks? Alter, dein Ernst jetzt? Ich glaube, ich muss mal hier mit TNT vorbeikommen. Nicht mehr lang! Go, du sagst ja. Was, von mir? Bin ich denn die Caritas? Tjaaaa Alter, du kannst mich jetzt immer ausschlecken. Ja, mittendrin statt's nur dabei. So, erst mal links, rechts und dann Kopf rein. Du spielst doch gar nicht. Beziehungsweise, wir hören keine verräterischen Geräusche. Ja, früher oder später kommt's immer. Ja, besser wie zu spät. ... ... ... ... ... Wie weit fliegen denn Pfeile? Wie weit fliegen denn Pfeile? Das muss ich jetzt ja gerade mal testen, hier. Wer ich? Das muss ich jetzt ja gerade mal testen, hier. Wie weit fliegen denn Pfeile? Der Himmel verdunkelt sich. Guck, die Pfeile fliegen schon, der Himmel ist verdunkelt. Wie weit fliegen denn Pfeile? Was? Ich hab dich nicht mal getroffen. Welches Skelett? Oh! Was scheiße ist total gut. Ja, momentan könnte ich was vorbeibringen, wenn ich in der Laune wär. Da ist gut! Lauwarmes Bein runter. Nein! 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 Oh! Wenn ich anfange zu singen, platziert der Schädel. Oh! 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 ähnlich auf Mode jak博owska bin ich Kas Simon. Ha 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 ha... Ja is aber keiner drin. Ha ha ha. Ah, das geht schneller wie man gedacht. äh ich werd schon von Twitch selber abgemahnt ey aber ihr werdet lachen ich hab drei neue Follower gekriegt heute abend wahrscheinlich ihr beide mit euren zweitaccounts ist bei dir irgendwas passiert oh hey bei dir brennts es feuerst aus wenn du genau drüber stehst wird das ein Feld oder was wird das solltest du dann falls es ein Feld ist solltest du von uah von unten auch zumachen eh fertig oder fertig das ist sowas von fertig ja ist ja auch da musst du die Astronomen fragen ich hab keine Ahnung ich weiß von nix da komm schon nix ich weiß von nix dann komm ich auch schon nix nein so ist mir egal 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 ist mir egal ja genau Aber... Allet muss sein, nee. Außer des nicht. Ich brauch kein Geld. Ja, davon träumst du. Ich mach... Aber vergiss es. Es ist ein Auf und Ab. Mehr ab wie... Mehr ab wie auf. Ja doch. Mir haben sie schon ein tiefes Loch gegraben. Da gehts noch ganz schön tief runter. Ja, aber schön, dass wenigstens einer hier seinen Spaß hat. Ich bin hier deprimiert, weisch? Und er lacht sich ihren Ast. Das ist unglaublich. Das ist gut schön für dich. Ja, und wen interessiert das? Hallo, ich hab Gefühle, ich will ja drüber reden. Ach, jetzt mag ich auch nicht mehr. Ach, du kannst mich mal. Ah, lol, mich doch, ne? Aua, ich krieg Schaden. Na, warte. Na, warte. Ich komm jetzt vorbei. Möge deine Festung in Brand stehen. Möge die Festung in Brandstraße anmelden. Es war ein Leer Schaden, oder? Ich hab dich in Brandstraße anmelden. Und er hat mir waren. Ich bin schon kurz für die Möge zu machen. Und er hat alles in meinen Öl. Und er hat mich von mir gehört. Dann springt es in die Bühle in Marke und alles in den Bühle. Dann Àsame alle acabar mit adventures sein. Dann springt es jetzt in der Bühle. Oh, ich hab getroffen und ich schwimme im Wasser. Hallo, ich hab nur Sandstein in der Hand. Willst du mich verarschen? Warum fällst du von dem? Was für ein Ding brennt? Nein, ich will nicht wissen, was für ein Ding brennt. Ich kann das nicht wegmachen. Damit musst du jetzt leben. Damit musst du leben. Nö. Ich mach jetzt Urlaub. Tschüss. Ich bin wieder weg. Ja? Ich kann nichts wegmachen. Ich hab nichts... Ich hab nichts gemacht, dann kann ich auch nichts wegmachen. Hab ich gar nicht. Hab ich gar nicht. Hab ich gar nicht. Hab ich gar nicht. Ich hab ich gar nicht. Ich hab ich gar nicht. Ich hab ich gar nicht.